Mitten in Deutschland wurde ein gigantischer Krater gefunden. Experten vermuten, dass die Mutter von deinem Gym Bro gestolpert ist. Und damit herzlich willkommen zu den Faserschau-Kurzmeldungen. Es stimmt wirklich, die Zuckerwatte in den Wänden ist essbar und hat sogar einen hohen Proteingehalt. Wirklich köstlich. Außerdem, Faserschau knackt endlich die 5K auf Instagram. Vielen Dank an alle Faserschau-Genießer.